Obacht anschauen schädigt das Hirn. Hallo Leute, Mensch hier! The Forest Dummschwätzer Ich kann nicht atmen Ich muss hier raus Hallo Ja also The Forest Dummschwätzer Alarm, ich hoffe das mein PC das durchhält Weil es ist so vollvordern Oh Gott! So vollvordernd und sowas Na siehste, siehste das da vorne mein Freund Na, ne. Ich glaub wir stürzen ab Oh keine Sorge ich hab hier nen Bildschirm, ich kann das regeln Warte mal. Gucken wir nochmal Steam DAAAH So schnell ist man abgestürzt, ja Gucken wir mal kurz, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja Hase, gonna fuck you Achtet nicht drauf, da ist ein Fuß, achtet auf den auch nicht, ja Diese Axt gehört mir, haben wir alles So wie im Bus oder im Zug, man steigt aus und guckt dann nochmal genau Man hat nicht auch sein Handy vielleicht liegen gelassen oder die Schlüssel oder das Kind vergessen oder was weiß ich Aber ich hab alles, hey Ich wollte gerade sagen, laufen da hinten schon Pimmelnasen Jetzt seid wir ganz ruhig hier Ich bin erst angekommen, ja Und da schon nehme ich Steine mit, schon beklaue ich den Wald Ja, aber so kennt man mich halt, ich bin so eine Drecksau Da ist ein Bettenlager, ein Zeltlager Da sind noch mehr Käuferchen Die Tennisbälle, ich nehme an, Tennisbälle sind dafür da, dass man die Leute vielleicht ablenken kann Weil wenn man eine Tennisbälle ins Gesicht bekommt, ist man abgelenkt Wo ist denn der Waran gerade hingelaufen? Ich gehe nicht da, Buschbaum Ich brauche Stücke, ich zeige euch direkt einen Trick, das weiß bestimmt noch keiner Ihr könnt nämlich diese Stücke anziehen Ja, jetzt bin ich voll geschützt und so Ähm, ihr könnt die Stöcke, hab ich gesagt, ihr könnt Stöcke anziehen, bin ich behindert Das drumherum um die Echse Dieser, dieser, dieser Schuppen Ich möchte mich einschmieren Im Gesicht mit Schmiere Ah, das sind sogenannte, äh, stehende Hände Ganz wichtige Sachen Weil die stehen Und dieser Ball Den schmeiß ich jetzt gegen ein Fockel Ich hab zwei Vögel gekillt mit einem Ball Alter Das ist Game Alter, wie, wie, ähm Das hat aber, glaube ich, noch gar keiner gesehen, oder? Das mache ich jetzt kurz im Replay, jetzt Das ist das Replay-Geräusch Alter Alter Ich will noch irgendwas töten mit einem Ball Meine Bälle sind töten You gonna Ah, landet gerade Viel zu einfach, ich muss sie im Flug erwischen Ah, Gott Wer ist der Beste im ganzen Land? Päller mit seinen Bällen Achtung, ich schmeiß den Vogel ab Äh, äh Ich weiß nicht, warum das jetzt hier gerade, das sieht irgendwie laggend aus Ja, seht ihr hinten die Schatten, sie laggen Tja, das Video kann ich nicht hochladen Ich kann mich jetzt eigentlich direkt erhängen Ey, die haben keine Chance gegen mich Ich, guckt euch mal meine Mollis an Guckt euch doch mal an, wie mollig die sind Oh, Hasi Bleib stehen, Hasi Hallo Oh ja, Leute Ihr seid meine Körperpanzerung, bitte stehen bleiben Wo kommen die ganzen Tiere auf einmal her? Immer wenn man wegrennt und dann so ein bisschen, ne? Und dann die Tiere braucht Wo sind sie dann? Nicht da Ja, richtig, nicht da Also, wo lang gehen wir? Eins, zwei, drei Da lang Ne, 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 ne Oh Gott, reg dich erst mal ab, Mann Reg dich erst mal ab Ja, voll am hart Abkeulen, ist sofort, instant Wir schlagen genau hier unser Lager auf Genau diesen Boba Fett Ja, ja, tu es Ist geil, oder? Die Animation Oh Ich hab mir das Spiel, ich hab mir's angeschaut Ich hab in den Trailer angeschaut und hab abgesagt So Ich wusste nicht, ob ich's mir kaufen soll oder nicht Und dann hab ich's gekauft Aufgrund Zweierlei Tatsachen Man kann diese Bäume so fällen So So, guckt's euch an Und man kann fischen Ja, fischen Mit so richtig, so richtig fischen Ja, Moment, nicht wegrollen Halt, halt, stopp Ja, ich starte mit den Kack-Sachen Da kommt es hin La, 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 la Ich kann so schnell bauen, hab das gehört? Der Baum kommt weg Ich seh's Der, der kommt nicht weg, der Baum Der kommt nicht weg Aber der kommt weg Und das sind die Guten Ja, die kann man essen Die sind nicht giftig Diese Zweierpärchen, die sind giftig Ja, ich hab's im Buch gelesen Überlebenshandbuch für Überlebende Moment Ich hab doch, ich hab doch erst gefällt da hinten Haben die Scheißhasen jetzt meine, meine, meine Baumstämme genascht Da hinten rollen sie Nicht mit mir Nicht mit mir She's mine Mine Wenn ihr rennt Mit Shift Springt Und im Sprung Shift loslasst Dann springt ihr aber trotzdem Macht ihr trotzdem noch so einen Shift-Sprung Also seid voll fix unterwegs Und das Rennen lädt sich sau schnell wieder auf Das ist so ein kleiner Tipp vom Brot, wisst ihr Das ist so ein kleines Tipp vom Brot So ein kleines Tipp Was ist mit mir los? Bin ich gerade hingefallen oder was? Vorm PC auf den Kopf gefallen Shit Benötige Steine Freund. Irgendwann reicht's nämlich, gell? Ich weiß noch eine kleine Sache. Wenn man das Feiernachts anmacht, dann kommen die Idioten. Das heißt, da wir Action wollen, mach ich schön bei uns im... Oh, die sind giftig. Hört auf, die zu essen. Hey Leute, schaut doch mal in mein Überlebenskackbuch. Hier, giftig, nicht giftig. Super. Es regnet in mein Haus rein. Voll der coole Platz. Hätt mal nie so einen geilen Platz gehabt hier. Sonst bin ich immer irgendwie direkt in der Höhle von den Arschburken mit nackt, mit einem Stock im Arsch und sowas. Keine Ahnung. Aber hier, hier hab ich die Stöcke in der Hand und ich kann damit bauen und was weiß ich. Es ist so geil gerade. Da würde ich gar nicht wissen, was ich mit diesen, mit diesen, äh, da mit denen hier machen kann. Ja, ja, damit kann man irgendwelche Bomben bauen. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich weiß nicht, Baum fällt. Au, 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 au. Oh. Er ist so leicht geworden, dieser Stab. Ah. Okay, ich hab zwei Stämmchen reingelegt. Ich will noch einen Stamm hineinlegen und Bären essen. Wo ist der andere? Hey, hey Stamm. Where are you? How are you? How are you? How are you, bro? Wo ist der Stab? Was? Wie ist denn der da runtergekommen? Jetzt werde ich aber fuchsteifelswild. Denn wir haben voll das geile Haus. Ich hab noch keine Dödel gesehen und was weiß ich. Ach. Ich werd mit euch, sie stehen jetzt genau hinter mir. Wer vom Teufel spricht und sowas. Achtung. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh. Dann brauchen wir mal so eine verkackte Falle. Ist doch richtig mit Kacke dran. Ich hab richtig gehört. Sag ich nicht einfach so im Spaß. Where are the traps? I want to build a trap. Also eine. Tja, und da wir ja schon vorgesorgt haben. Zack, zack, ja. Ja, 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 ja. Das hab ich nämlich genau geplant. Äh, ja. Du kommst dummer runter, gell? Hey, 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 hey. Also wenn die Viecher an meinen Bäumen rumkrabbeln, das kann ich ja echt gar nicht haben. Wirklich. Also sowas. Jetzt aber nicht selbst reinlaufen. Ich weiß nicht, kann man die Rabbids dann irgendwie richtig so tragen? Wie kann man denn? Ich hab die bis jetzt immer nur getötet. Dummerweise. Ich hab so viele Sachen hier schon. Ich darf nur nicht in meine Falle laufen. Achso, und woher ich jetzt weiß, dass man in seine eigene Falle laufen kann? Tja, das ist mir auf jeden Fall nicht passiert oder so. Ja, Rabbids, kommt her. Aber warum liegt da jetzt so ein Tod da rum bei mir? Oder lebt der noch? Ich nehm an, es ist ein Zeichen dafür, dass hier keine Feinde sind. Ja, ich will ein Boot. Oh Gott, ich kann's nicht... Warum nicht? Egal, dann bauen wir halt Effigies. Dann muss ich Beine sammeln. Ich sammle so ungern Beine. Ich würd sagen, da das gerade so gut läuft, bauen wir einfach Wände. Denn was macht man, wenn's gut läuft? Man baut... Richtig, Wände. Ja, unsere erste schützende Wand. Merkt ihr schon, wie wir geschützt sind? Ich merk's. Die Schützung ist hoch. Sehr hoch. Der Schützungswert dieser Wand beträgt einiges. Eigentlich einiges. Stell dir mal vor, von der Seite kommt jemand. Und ich bin hier. Ich bin hier auf der Seite. Das hat keine Chance. Ich bin geschützt. Ich speicher hier. Ich ding's mal. Dann ist es eh Nacht. Und jetzt machen wir mal Action.